Vielen Dank, meine Damen und Herren, 30 Jahre hat der VfB gebraucht, um wieder deutscher Fußballmeister zu werden. Nachdem ich den Herzlichsten bin Werder-Anhänger, haben auch nicht schlecht gespielt. Und 31 Jahre habe ich gebraucht, um zum ersten Mal es nicht gelogen, in Stuttgart eine öffentliche Fernsehsendung ansagen zu dürfen. 31 Jahre. Man kann wirklich sagen, ich bin zu spät gekommen. Ist gar nicht da, ne? Und was geschieht? Ein Wunder, ich gehe in meine Garderobe und kriege einen roten Anzug hingelegt. Und das in der Schleierhalle, wo der CDU-Parteitag war. Ich habe sofort, sofort eine schwarze Nelke mir besaugen. Und hoffe, wer sich auf diese Weise wie ein ausgewogenes... ... ... ... ... Vielen Dank.